So, und mein ganz herzliches Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, im heutigen Video machen wir mal wieder seit langer Zeit ein Unboxing-Video, weil ich da wirklich mal wieder Lust drauf habe und ich denke, dass das auch viele von euch interessiert. Heute habe ich ganz, ganz viele verschiedene Pakete mit allen möglichen an historischen Münzen mitgebracht. Natürlich aus den USA, weil das ist das, worauf ich mich persönlich konzentriere. Und das werden wir jetzt heute alles mal auspacken. Ich hoffe, es sind ein paar tolle Sachen dabei. Es stehen noch ein paar coole Sachen aus, also ich bin gespannt, was dabei ist. Und ja, an dieser Stelle würde ich auch gerade nochmal dazu sagen, Wenn ihr den Kanal ein bisschen unterstützen wollt und euch auch für solche Münzen interessiert, schreibt gerne an diese E-Mail-Adresse hier. Ich schicke euch gerne die Preisliste zu den Münzen, die ich im Moment von diesen Sorten zu verkaufen habe. Ganz, ganz schöne Stücke sind wir jetzt wieder dabei. Ich habe ganz viele neue schöne Stücke, die jetzt auch in Zukunft reinkommen. Also es lohnt sich definitiv, zumindest meiner Meinung nach. Ich versuche euch die besten Preise anzubieten, die ich anbieten kann. Und ja, ich gebe mir alle Mühe, das so gut zu machen wie möglich. Ja, versand deshalb 100 Euro kostenlos, das wisst ihr ja schon. Und ja, es würde mich wirklich sehr, sehr freuen. In Zukunft wird es eine Website geben? Ja, definitiv. Ich mache das im Moment über eine E-Mail-Adresse, einfach aus dem Grund, weil ich den Leuten so besser eins zu eins auch Kontakt bieten kann und uns Hilfen bieten kann. Und einfach auch aus dem Grund, weil eine Website teuer ist auf die Dauer. Ja, und ich das Geld, was ich da spare, an die Kunden auch weitergeben kann. Also an dieser Stelle auch eine super Geschichte. Ja, also wenn euch das interessiert, gerne an diese Mail schreiben. Ich würde mich sehr, sehr freuen. So, dann würde ich sagen, wir fangen auch direkt mal an mit der ganzen Geschichte. Vorher, nochmal ganz kurz, wir haben jetzt auch zufällig diese zwei wirklich sehr, sehr schönen Walking Liberties reinbekommen aus den Jahren 1943 und 1945. Recht selten, die in so gutem Zustand zu finden. Also, wenn es sich dafür interessiert, auch an dieser Stelle, diese sind ebenfalls da. So, dann fangen wir mal an hier mit dem ersten Paket. Die Adressen und diesen ganzen Krempel habe ich natürlich wie immer entfernt. Wollen wir mal gucken, dass wir da auch reinkommen jetzt hier in diese Pakete. Dieses Messer ist sehr, sehr stumpf leider. Ich habe leider es verpasst, mir hier mal ein etwas schärferes runterzuholen. Aber, es wird schon auch hier mitgehen, muss ich mal gucken, dass ich mich nicht total schneide. Das wäre jetzt doch recht ungünstig. Mal gucken hier, kaum schauen. So, ich dachte, das wird schon gehen. Dann machen wir hier mal auf. So, alles klar. Erstmal haben wir den Haufen Verpackungsmaterial. Mal gucken, ob da noch irgendeine Rechnung oder sowas drin ist. Nein, da ist keine Rechnung oder sowas drin. Da ist nur eine einzige Münze drin. Und zwar ist das ein 1923er zufälliger Peace-Dollar. Den zum Beispiel oder so welche wie diesen hier könnt ihr in meinen zufälligen Peace-Dollern erwerben. So, das ist jetzt keine sonderlich Münze, die jetzt in einem tollen Zustand ist, würde ich sagen. Deswegen kommt die einfach in die zufälligen Peace-Dollar rein. Ist hier sonst noch was drin? Nö, war einfach nur ein Riesenpaket für eine Münze. Alles klar. So, aber die haben wir schon mal. Sehr, sehr schön. Wir können die jetzt auch mal hier rausnehmen aus dem Tütchen. Wie gesagt, ist ein zufälliger Peace-Dollar. Da kommt das jetzt nicht so drauf an. Eine sehr schöne Münze. Nichtsdestotrotz. Kommt sogar aus Denver. Also in Denver geprägt. Bisschen seltener als die normale 23er. Aber durchaus keine schlechte Münze. Dann würde ich sagen, wir machen auch direkt mal weiter mit diesem schönen Paket hier. Gucken wir mal, wo das aufgeht. Ja, irgendwie hier. Machen wir es mal irgendwie hier auf. Mal sehen. So. Sehr gut. Alles klar. Okay, hier ist so ein Ding, was wir auch noch aufmachen müssen. Dann sollten wir hier reinkommen. So. Langsam. Mal gucken, ob hier noch irgendwelche Rechnungen oder was weiß ich was drin sind. Was? Ne. Soweit ich das jetzt sehen kann. Nicht da. Wohl doch. Ich glaube, da ist das. Ja, da ist doch eine Rechnung hier. Schippen wir es mal hier gerade raus. Hier ist eine Rechnung. Das war auch nichts großartig Teures. Sonst noch irgendwas hier drin? Nö. Sonst auch noch leer. Alles klar. Hier soll wohl eine Münze drin sein. Steht zumindest drauf. Mal sehen, ob auch tatsächlich eine drin ist. Diese Art von Verpackung finde ich immer recht nervig. Muss ich ehrlich dazu sagen. Aber funktionieren natürlich für das Versenden ganz gut. So, was haben wir hier? Einen sehr, sehr abgegriffenen 1887er Morgendollar. Das sind solche typischen Morgendollar. Die gehen nicht in die zufälligen Morgendollars. Rein, ich denke mal, das sollte jedem klar sein, der sich diese Münze mal ansieht. Die verkaufe ich natürlich nicht für paarunddreißig Euro. Auf gar keinen Fall. Das sind solche Münzen. Die lege ich zur Seite. Und wenn jemand wirklich mal einfach nur einen Morgendollar oder einen Peace-Dollar haben will, aber wirklich nicht viel Geld ausgeben kann, für die Leute habe ich dann diese hier. Da habe ich zum Beispiel auch hier so einen 22er Peace-Dollar, der wirklich auch schon bessere Zeiten gesehen hat. Ziemlich vermaggt und so weiter und so fort. Das habe ich nicht dafür bezahlt. Ich habe mehr dafür bezahlt. Aber ja, das sind solche Sachen, die lege ich hier an die Seite. Und wenn wirklich jemand mal was haben will, was vielleicht ein bisschen günstiger ist, dann dafür habe ich dann diese Sachen. So, wir machen auch gleich weiter mit dem nächsten Umschlag. Ein bisschen kleinerer Umschlag. Scheint aber etwas schwereres drin zu sein. Mal sehen. Haben wir eine Rechnung? Wir haben eine Rechnung. Ne. Rechnungen sind immer so ein bisschen nervig. Ich schütte das mal hier raus. Ah, okay. Ebenfalls interessant. Hier haben wir einen Anhänger aus einem Peace-Dollar. Was ist das hier für ein Peace-Dollar? 19, 23er Peace-Dollar. Eigentlich in keinem schlechten Zustand. Und die lasse ich immer eine Zeit lang liegen, falls wirklich mal jemand sowas sucht. Ich wüsste nicht genau, warum man das suchen wollen würde. Aber falls jemand irgendwie sowas sucht, das haben wir normalerweise auch da. Wenn es allerdings nach einer bestimmten Zeit keiner kauft, dann mache ich das ganze Ding einfach auf und hole den Peace-Dollar da raus. Die sind meistens eigentlich in einem ganz guten Zustand. Und so einer wie dieser hier in diesem Zustand würde dann einfach in die zufälligen Peace-Dollars reinkommen, wenn er beim Aufmachen nicht beschädigt wird. Wenn er beschädigt wird, naja, dann halt nicht. Aber ansonsten hätten wir diesen hier auch. So, es geht weiter. Ich habe wirklich einiges heute hier an Umschlägen und Briefen. Mal sehen, was wir hier sonst noch so haben. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ja, hier ist auch irgendwas ein bisschen Kleineres drin. Mal sehen, was das ist. Ist auch wieder ganz toll zugeklebt. Ja, ich gehe einfach mal durch die Mitte. Das hat jetzt nicht so wirklich gut funktioniert. Naja, doch. Geht schon, geht schon. Sehr gut. Alles klar. Was haben wir hier? Das sieht mir aus wie ein Benjamin Franklin Half Dollar. Mal gucken. Ja. Ich sehe schon hier die Liberty Bell auf der Rückseite. Frischhaltefolie ist auch sehr beliebt beim Verpacken von Münzen. Ich weiß nicht genau wieso, aber ist auf jeden Fall sehr beliebt. Mal sehen hier. Der Zustand. Der Zustand ist nicht schlecht, würde ich sagen. Der Zustand ist wirklich nicht schlecht. Kann man sich nicht beschweren. Ja, die Münze ist jetzt aber nicht ganz, nicht ganz AU. Die würde ich jetzt mal so verkaufen. Ja, wahrscheinlich XF bis AU. Sowas um den Dreh. Also fast vorzüglich für die Leute, die nur die deutschen Begrifflichkeiten dafür kennen. Würde ich aber nicht als ganz vorzüglich verkaufen. Durchaus eine schöne Münze. Ja, kann man sich jetzt nicht großartig beschweren. Aber es geht schon durchaus besser. So, machen wir mal weiter. Wir haben jetzt wieder einen größeren Umschlag. Mal gucken, was da so schönes drin ist. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. So. Ah, da haben wir auch wieder eine Rechnung. Rechnungen mögen wir hier nicht. Könnt ihr bitte aufhören, eure Münzen in die Rechnungen zu schieben? Das wäre super. Aber gut, wie auch immer, hier sind einige Münzen drin. Oh ja, das ist irgendein größeres Konvolut, was ich wohl gekauft habe. Na, gucken wir uns doch mal an, was wir hier alles so haben. Übrigens, es hat mich jemand darauf hingewiesen, ich soll doch mal so ein 10-Cent-Stück oder irgendwie so ein Euro-Stück dabeilegen. Einfach als Größenvergleich. Da habt ihr das an dieser Stelle. Kurzer, interessanter Fakt zum 10-Cent-Stück. Im Vergleich zum Nominalwert der Geldstücke ist das tatsächlich das wertvollste Geldstück, was am Euro immer noch ausgegeben wird. The more you know. Weil es ist natürlich komplett aus Messing und hat auch nur einen Nominalwert von 10 Cent. Dementsprechend ist das tatsächlich, ich glaube, so ungefähr 20 Prozent von dem tatsächlich aufgeprägten Wert. Davon sind der Materialwert. Also 10-Cent-Stücke haben tatsächlich am meisten Wert von unseren Geldstücken. Im Vergleich zu dem, was aufgeprägt ist. So, hier haben wir einiges an Half-Dollars. Sehr, sehr schöne Half-Dollars zeitweise auch. Wirklich sehr, sehr cool. Hier haben wir ein paar Benjamin Franklins, Liberty Bells. Diese werden wirklich sehr, sehr gerne gekauft im Moment. Das hier ist so ein typischer Fall für meine Rücklagen aus Münzen. Für Leute, die weniger ausgeben möchten. Sowas gebe ich nicht in die zufälligen Stücke mit rein. Hier haben wir einen, der ist eigentlich ganz schön. Der würde auf jeden Fall in die zufälligen Stücke mit reinkommen. Meiste von euch würden jetzt wahrscheinlich sagen, der sieht doch super schön aus. Der wurde gereinigt, das ist überhaupt keine Frage. Deswegen kommt der nur in die zufälligen. Gleiches Spiel mit diesem hier. Sieht auch gut aus, aber wurde poliert bzw. gereinigt. Der kommt auch in die zufälligen rein. Und hier, dieser hier wurde nicht gereinigt. Seht ihr auch gleich, hat Partner gebildet. San Francisco, Mint aus 1943. Hat aber längst einen Kratzer. Das ist allerdings nicht schlimm für die zufälligen, ja, für die zufälligen, wie heißen sie nochmal? Walking Liberties, genau. So, weiter geht's mit ein paar Kennedys. Mal gucken, was das für Kennedys sind. Ob das alles 90er sind oder ob da auch andere dabei sind. Und, nee, das sind alles 90er. Auch dieser hier, auch wenn der sehr gut aussieht, denke ich, dass der entweder poliert oder sonst wie gereinigt wurde. Sieht so ein bisschen komisch aus. Und das sind alles 90% Silbermünzen. Die Kennedys gibt's nur bis 1964 bzw. nur im Jahre 1964 als 900er Silber. Danach sind es 400er bis 1970. So, oder 71? Irgendwie sowas um den Dreh. Relativ irrelevant, ja. Normalerweise kriegt man die nur bis 69. Ich weiß auch nicht, warum die anderen scheinen aus irgendeinem Grund. Bisschen seltener zu sein, zumindest hier in Deutschland, wahrscheinlich in Amerika nicht. Aber wie auch immer. So, sehr schön. Ja, nochmal vier Kennedys an dieser Stelle. Random Kennedys, würde ich jetzt mal sagen. Ich gucke nochmal durch. Vielleicht sind ein paar dabei, die ein bisschen in einem besseren Zustand sind. Aber ansonsten könnt ihr diese erstehen für 11 Euro pro Stück. Was ja auch eine gute Sache ist. Ziemlich günstig und so weiter und so fort. Jetzt haben wir noch Dimes und einen Viertel Dollar. Mal gucken, was das für Dimes sind. Und für ein Viertel Dollar. So, was haben wir hier für ein Viertel Dollar? Einmal 1964er Silber, Viertel Dollar. 900er Silber, der letzte Jahrgang, in dem dieser geprägt wurde. Bei denen gibt es keine 400er Silbermünzen. Genauso wenig wie bei den Dimes. So, bei den Dimes haben wir erstmal ein paar Roosevelt Dimes. Und zwar sind das einmal 1946. Dann haben wir hier 1951. Und das war es offenbar. Gut, okay. Wir haben 1946 und 1951. Diese Roosevelt Dimes sind zu erstehen in meinen zufälligen Dimes-Paketen. Bei den zufälligen Dimes-Paketen bitte darauf achten, dass das zufällige Dimes-Pakete sind. Wenn ich da Sachen raussuchen muss, was im Moment nicht der Fall ist, weil ich größtenteils Mercury Dimes habe. Und ich die Roosevelt Dimes schon von vornherein separiert habe. Wenn ich da aber in Zukunft größere Pakete bekomme, wo ich die Sachen raussuchen muss. Dann kostet es etwas mehr. Ja, weil es dauert einfach Zeit, diese ganzen Münzen zu separieren und dann einem das rauszusuchen, was man haben möchte. Ja. Ja, zufällige Dimes heißt zufällige Dimes. Und wenn es gerade zufällig mal passt, ihr könnt immer gerne nachfragen. Wenn es zufällig mal passt, kann ich euch auch gerne von einer Sorte nur die geben. Aber wenn es nicht passt, dann sind zufällige Dimes nur mal zufällige Dimes. So. Weiter geht es mit diesem Dime, der auf jeden Fall nicht in den zufälligen Dimes landen wird. Denn das ist ein Barber-Dime in relativ annehmbarem Zustand. Das ist keine Beschädigung. Das ist einfach nur eine Verfärbung. Aus 1905. Irgendein Mintmark? Nein, also Philadelphia. Schön, ja. Durchaus in einem schönen Zustand. Das ist so eine Münze. Ja, das wird die wert sein. 10, 15 Euro. Je nachdem. Muss ich nochmal genau nachgucken. Je nach Jahrgang. Durchaus aber auch ein sehr, sehr schönes Stück. So. Dann machen wir auch mal gleich weiter mit diesem hier, was ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wurde wohl offenbar. Ja, ich reiße das jetzt einfach mal oben so auf. Was soll's. Hier ist noch ein Umschlag drin. Mal gucken, ist da noch was drin in dem großen Umschlag. Nein, der ist leer. Alles klar. Dann schauen wir mal hier rein. Ach, das ist gar kein Umschlag. Ach doch. Das ist nur, ja, also ein bisschen. Hier ist eine Hülle, die leer ist. Okay. Das ist sehr schön, dass ich das, äh, dass ich das auf Kamera hab. Diese Münze wurde gestohlen, liebe Freunde. Da hätte ich besser drauf aufpassen müssen. Ich hab ja schon gesehen. Ich hab's euch eben gezeigt. Ich hol den Umschlag nochmal gerade wieder. So. Ihr habt ja gesehen hier, ne. Das war oben zugeklebt. Das hat, äh, der Postbote aufgerissen und die Münze rausgeholt. So, ich weiß nicht, welche Münze da drin war. Das ist jetzt für mich ein Versicherungsschaden. Da muss ich mich jetzt drum kümmern. Ist eine sehr ärgerliche Geschichte. Ist ein schönes Statement zu der heutigen Gesellschaft. Ja. Dass man Leuten, die man nicht kennt, die einem nichts getan haben, einfach Schaden zufügt, ohne dass es einen irgendwie interessiert für das eigene, minimale Wohl. Weil da war keine Münze drin, die großartig viel wert war. Ja, niemals. Ähm. Ja. Sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade. Muss ich mich jetzt an den Verkäufer wenden. Gucken, dass wir da irgendeine Lösung finden. Das sind solche Sachen, die sind wirklich, wirklich frustrierend. Also, weiß ich auch nicht, was ich dazu großartig sagen soll. Das ist so ziemlich der Hauptgrund, warum man heutzutage generell bei Händlern kaufen sollte. Weil die müssen sich da mit diesem Scheiß umschlagen und nicht ihr. So, okay. Ich würde sagen, wir machen weiter. Es lohnt sich jetzt nicht, sich darüber großartig zu ärgern. Ich kümmere mich da später drum. Ich gebe euch ein Update dazu im nächsten Video. Ähm. Wir machen weiter einfach. Ja. Ich. Mache jetzt hier die Sachen weiter auf. Und wir gucken, was wir hier noch so Schönes haben. Tatsächlich. Nochmal ein paar schöne Münzen hier. Ja. Viertel Dollar. Äh. 900er Viertel Dollar. Einmal hier einen wirklich sehr, sehr schönen 64er. Mal gucken. Den könnte ich vielleicht sogar als AU bis. Na. Ich würde mal sagen AU verkaufen. Ja, der ist schön, aber der ist jetzt nicht Main-State. Der ist wirklich schön, aber nicht Main-State. Den kaufst du nicht einzeln. Ja, das ist so ein bisschen deprimierend immer solche Sachen. Ich finde es sehr, sehr schade. Ja. Das muss einfach überhaupt nicht sein. Ich habe keine Ahnung, was Leute dazu bringt. Haben doch einen Job. Ja. Verdienen doch auch Geld. Also ich verstehe das nicht. Egal. 1941. Und. So. Was haben wir hier noch? 1942. Schön. Noch ein paar Silberviertel Dollar. Und. Und. Und noch ein Walking Liberty. Die Half-Dollar aus dem Jahr 1945. In ganz einem Baum-Zustand. Kommt auch in die random halben Dollar rein. Gut. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich die Sachen hier jetzt auf Kamera habe, ehrlich gesagt. Weil das kann ich durchaus dafür verwenden. Sehr praktisch. So. Wir machen weiter. Wir haben noch einen Umschlag. Ja. Und danach. Werde ich mich dann erstmal darum kümmern, dass ich da. Wenn nicht mein Geld wiederkriege. Zumindest der Person unglaublich auf die Eierfalle, die das geklaut hat. Ja. Weil man kann natürlich. Ich habe für diese Sachen Sendungsnummern. Man kann die Sachen nachverfolgen. Ja. Und. Dann sehen wir mal. Ne. Dann sehen wir mal. So. Letztes Paket hier. Ist auch. Interessant verpackt. Aber nicht schlecht. Hab schon schlechter Sachen gesehen. Mal gucken, wie wir die jetzt hier am besten mal rauskriegen. Ja. Das schneide ich hier mal durch. Ja. Das ist schade, Leute. Aber damit muss man rechnen. Wenn man Sachen von Privat kauft. Das ist. Das ist fast garantiert, dass einem sowas ab und zu mal passiert. So. Nicht das erste Mal, dass mir das jetzt passiert. Aber es ist halt immer wieder sehr, sehr traurig. Sehr, sehr ärgerlich. Kann man nichts machen. Ich hoffe, dass der Schaden nicht so hoch war. Das ist mehr so das, was ich jetzt gerade hoffe. Ich weiß nicht, was in diesem Paket drin war. Aber das werde ich dann im Nachhinein sehen. Ich schreibe es euch in die Kommentare. Dann könnt ihr da nachlesen, was in diesem Paket war. Und was ich da jetzt weiter hingehend mache. So. Wie auch immer. Wir haben hier zwei sehr, sehr schöne Benjamin Franklin Half Dollars. Einmal aus dem Jahre 1963. Dieser hier ist definitiv in, ich würde fast sagen, AU bis MS. Also fast noch Stempelglanz. Aber hat natürlich schon ein paar Kratzer. Ich verkaufe die als genau das, AU bis MS. Will nicht sagen, dass das jetzt Minstead ist, weil dafür kenne ich mich einfach zu wenig aus. Aber ich würde trotzdem sagen, dass diese Münze in einem sehr, sehr schönen Zustand ist. Und diese hier. Etwas fragwürdig. In einem sehr, sehr guten Zustand wirklich. Aber möglicherweise poliert. Würde ich jetzt nur als AU verkaufen unter dem Aspekt, weil ich mir einfach nicht hundertprozentig sicher bin. Also, liebe Freunde, das war es mit dem heutigen Video. Teilweise schön, teilweise sehr ärgerlich. Wie gesagt, wenn ihr mich unterstützen wollt und vielleicht den Schaden etwas kleiner machen wollt, der mir jetzt hier gerade unterlaufen ist. Gerne unter dieser E-Mail-Adresse hier eine Bestellung aufgeben zu irgendwelchen von diesen Münzen. Alles verfügbar. Und die Liste lasse ich euch natürlich auch zukommen. Da könnt ihr dann genau gucken, was auch verfügbar ist noch. Die Liste kann sich natürlich immer wieder ändern. Also dann auch nochmal genauer nachfragen, wenn ihr dann direkt was kaufen möchtet. Würde mich sehr darüber freuen. Ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Sehr gerne alles mögliche, was ihr an Fragen und so weiter habt, in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch noch eine besonders schöne Woche und bis zum nächsten Mal.